Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 54. Comedy-Video hier auf YouTube. Heute der Jahresrückblick 2018. Das Jahr 2018 hat ja wie jedes Jahr mit dem Januar begonnen, gefolgt dann vom Februar und vom März. Dann kamen der April, der Mai und der Juni und im zweiten Halbjahr dann der Juli, der August und dann September, Oktober, November und schließlich der Dezember. Das Jahr 2018 hatte wie jedes andere Jahr, das kein Schaltjahr ist, 365 Tage. Aber es handelt sich hier ja um einen Jahresrückblick. Wobei ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was ich immer gegessen habe. Zum Frühstück war es meistens Brot. Manchmal auch ein Müsli. Und ich habe auch zwischendurch manchmal eine Banane gegessen. Aber sonst kann ich mich wirklich nicht mehr so recht daran erinnern. Zu Weihnachten, da war es eine Gans, das weiß ich noch. Und das Jahr ist ja jetzt schon fast vorbei. Und es beginnt ja auch bald das neue Jahr. Und deshalb mein Appell an Sie alle. Sagen Sie Ja zum neuen Jahr. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. Musik. Ich bin motherboard. Jesus hat das gekoll. Zeit.